Wenn Hell's Bells kommt, dann wissen wir. Jetzt ist es so weit. Es ist die letzte Minute allerdings. Wir schiessen, wenn wir es okay bekommen. Wir gehen nicht am Viertop, sondern wir gehen dann, wenn wir geschossen haben. Helmut Begring, Viertop und dann grenzenloses Breiheitsgefühl. Abenteuer pur. So etwas gibt es ein einziges Mal. Wir haben noch 30 Sekunden und es reicht uns zum sagen, Danke, Röthpull! Das sind die letzten 20 Sekunden. Das sind die letzten 10 Sekunden. Und dann geht's los Highway zu Beiringe. 5,4,3,2,1 Here we go! Juhu! Juhu! Wir zusammen! Machen Sie gut! Und weg sind sie! Und dann fahren sie also. Anzüren gegen Rümser! Denkt daran, in der Kirche müssen sie nicht richtig passen. Ja, gell! Einfach für die Völker, die von mir hier waren. Die einen! Die einen die Rollen! Und die anderen ist der Still! Und jetzt geht's also los! Wieder schauen! Tue recht! Und wachen sie gut! Und wir sagen, bis bald wieder! Super! Ja, ich habe das alles noch unterwegs! Und dann gehen sie also! Scratchy Buster! Tschüss oder wieder schauen! Machen sie gut! Einen guten Tag! Und geniessen sie! Das ist also das Alpenprojekt! 2012 geht jetzt los! Und dann haben sie also die nächsten 200 Helden! Das ist der Weg! Einfach immer aufwärts! Bis zum Grimsel! Dann geht's einen Moment abwärts! Und dann geht's einen Moment abwärts! Und dann geht's um die Furche hoch! Und dann rennen wir runter zum Saviris! Die Kopf hat dann schnell auf die Schultern! Und dann geht's wieder zurück ins Bernbiet! Wie ein sausten Pass hier zurück nach Weiringen! Und in 10 Minuten! Nämlich ganz genau! 10.25! Das sind keine 10 Minuten mehr! 10.25! Dann gibt's das nächste Stadtfeld! Die nächsten 200!